Das Spielejahr 2015 neigt sich dem Ende entgegen. Zeit also, um einen Blick auf die diesjährigen Top-Spiele für Xbox One zu werfen. Im Video stellen wir euch die Games vor, die in diesem Jahr die besten Noten in den Tests des Computech Magazins XBG Games erhielten. Ich möchte zu Mr. Wrath. Waffen? Nein, danke. Ich hab meine eigenen. Du bist ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Das war nicht der Welt, den ich wollte, aber es war der, der ich mich in gefunden habe. Diesmal bin ich bereit, weil ich die Krieg weiß. Krieg ändert niemals. Die Giants haben sich in 2-Minute Drills alle Jahre. Kann das sein, der sich die Zeit verändern? Manning, der sich zurückkommt. Er hat sich für eine Sache. ...und, at times, it seems hopeless. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020